Hallo zu einem neuen Video. Mit dem folgenden Feature ersparst du dir jede Menge Zeit bei der Erstellung von Power BI Berichten. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Das Microsoft Power BI Team hat die Seiten Navigator Funktion freigeschalten. Mit dieser Funktion kannst du innerhalb des Berichts von Seite zu Seite navigieren. Das erspart das bisherige mühsame Zusammenstellen über Lesezeichen oder Schaltflächen. Nun kannst du diesen Seiten Navigator im Menü unter Einfügen und anschließend im Bereich Elements. Bei Schaltflächen gibt es nun im unteren Bereich den Navigator und dort gibt es den Seiten Navigator. Der Seiten Navigator ist automatisch mit den Berichtsseiten synchronisiert. Das bedeutet, der Titel der Schaltflächen entspricht stets dem Anzeigename der Seiten überein. Wie hier zu sehen, Seite 1, 2, 3 und 4. Die Reihenfolge der Schaltflächen entspricht auch der Reihenfolge der Berichtsseiten. Das können wir auch hier wiederum bestätigen. Des Weiteren ist die ausgewählte Schaltfläche die aktuelle Seite. In diesem Fall als dunkelfarblich hinterliegt. Bei Hinzugabe oder Entfernung von Seiten im Bericht wird der Navigator automatisch auch aktualisiert. Angenommen es entsteht nun eine neue Seite 5, wird diese auch in diesem Navigator mit aktualisiert. Und zu guter Letzt werden auch Umbenennungen, beispielsweise nenne ich dieses Arbeitsblatt Controlling, wird diese ebenfalls aktualisiert. Wie ihr seht, könnt ihr nun über diesen Seiten Navigator entsprechend die einzelnen Berichtsseiten navigieren. Ich kopiere diesen nun auf allen Arbeitsblättern entsprechend und kann nun mit Steuerung und einem Klick auf die entsprechende Berichtsseite sprengen. Des Weiteren bietet dieses Feature auch noch unterschiedliche Konfigurationen, zum Beispiel die Form, ob Rechteck, Oval, Pfeil und dergleichen. Dann kann man auch noch die entsprechende Darstellung innerhalb dieser Elemente konfigurieren, wie hierzu sehen, eine Drehung. Und auch, ob es dieser entsprechende Zustand mit einem Zeigenklick oder ausgewählt entsprechen soll. Ihr seht, gibt es dann noch jede Menge weitere interessante Konfigurationen. Mich würde es interessieren, welche Konfigurationen ihr verwendet. Und ich hoffe, ich konnte euch damit dieses Feature näher bringen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.